Das Single Responsibility Principle, auch genannt Separation of Concerns, ist das erste der Solid Principles. Und was das genau ist, das kommt jetzt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wohnen in einer Straße mit Menschen aus ganz verschiedenen Altersgruppen. Und einmal im Jahr hat sich das so eingebürgert, dass die Straße ein großes Grillfest zusammen feiert. Und dieses Grillfest, das wird immer von einem der Bewohner, einem der Nachbarn vorbereitet. Und in diesem Jahr hat es halt Sie getroffen. Sie müssen also dieses Grillfest vorbereiten. Das heißt, Sie reden mal mit jedem Nachbarn, um rauszukriegen, was die denn so gerne essen auf dem Grill. Und dann kommt raus, der Mehmet, der ist Halal. Der Hubi ist Vegetarier, aber bitte kein Tofu, weil das verträgt er nicht so gut, sondern lieber nur Saitan. Der Bogdan isst Fleisch, aber nur Bio. Aber wenn es geht, nicht so das vom Discounter, weil da weiß er nicht so genau, ob das wirklich Bio ist. Alina isst eigentlich alles, solange es Bratwurst ist. Sabine mag diese kleinen marinierten Hühnchenfilets. Die kriegt man beim Rewe da in der Großmannstraße. Und wenn das Rewe das nicht hat, dann geht man einfach weiter zu dem Metzger Köhnmann in der Eifelstraße. Wo ist die Eifelstraße? Also da einfach den Neumarkt, die zweite rechts rein und dann immer geradeaus. Und naja, so. Sie kriegen, glaube ich, den Eindruck. Was passiert hier gerade? Hier sind Sie. Sie müssen Getränke kaufen und Sie müssen Grillgut kaufen. Für Mehmet, für Hubi, für Bogdan, für Alina, für Sabine und wahrscheinlich noch 20 weitere Nachbarn. Was bedeutet das? Sie haben mit jedem der Nachbarn eine Kommunikation. Sie haben mit jedem der Nachbarn ein Hin und Her, was denn dieser Nachbar oder diese Nachbarin genau haben möchte. Und Sie merken, das ist nicht so richtig optimal, wie das läuft. Was wäre sinnvoller, um das Grillfest vorzubereiten? Naja, wir machen es einfach folgendermaßen. Sie kaufen nur die Getränke. Das kann man einmal per Online-Abstimmung rauskriegen oder man fragt einfach den, der das im letzten Jahr organisiert hat. Und wahrscheinlich läuft es dann eh auf zwei Kisten Wasser und zwei Fässer Bier raus. Und was das Grillgut angeht, da bringt einfach jeder sein eigenes Grillgut mit. Damit haben Sie viel weniger Kommunikation, weil die einzelnen Nachbarn selber danach gucken, was die gerne essen. Und Sie haben vielleicht noch höchstens so ein paar Orga-Fragen zu beantworten. Was wir hier sehen, das ist ein klassisches Separation of Concerns oder auch Single Responsibility Principle. Ihre Single Responsibility ist, sich um die Getränke zu kümmern. Die Single Responsibility von Mehmet und von Hubi und von Bogdan und von Alina und von Sabine ist, für sich selbst das Grillgut zu kaufen, was ihm oder ihr gut schmeckt. Wenn wir das jetzt auf die Software übertragen, dann heißt Single Responsibility Principle, Alles, was Sie tun, sollte nur einem Zweck dienen. Alles, was mehrere Zwecke gleichzeitig hat, widerspricht diesem Prinzip. Wenn Sie also sehen, dass irgendetwas offensichtlich mehrere Zwecke hat, teilen Sie es auf in entsprechende Teile. Das heißt, ein Entity, ein Package, ein Modul ist für genau einen Zweck zuständig. Vorteile sind, es braucht weniger Wartung. Warum ist das der Fall? Wenn alles, was Sie tun, immer nur genau einen Zweck hat, dann gibt es auch immer nur genau einen Grund, dieses Modul, dieses Entity, dieses Package anzufassen. Sie haben also relativ wenig Gründe für Wartung. Und zum Zweiten wird es besser verständlich, weil man ja sofort erkennt, aus dem Code, aus dem Namen, wofür dieses eine Stück Software gerade zuständig ist. Wenn Sie also die Software mal an ein anderes Team geben oder wenn Sie neue Entwicklerinnen einarbeiten wollen, dann werden die den Code besser verstehen, wenn Sie sich an das Single Responsibility Principle halten. In dem Video zu dem Dreieck aus Prinzip, Architekturstil und Pattern habe ich das Beispiel eines kleinen E-Portals dargestellt, mit ein paar Patterns und ein paar Anti-Patterns. Und wenn man hier mal noch mal drauf schaut, dann sieht man, dass Billing and Payment genau ein Verstoß gegen dieses Single Responsibility Principle ist, weil offensichtlich dieses Modul zwei Zwecke hat. Schauen wir uns doch dieses Beispiel mal so ein kleines bisschen genauer an. Nehmen wir mal an, Sie bauen ein Webportal, um Konzertkarten zu kaufen. Und Sie haben dann in Ihrem Webportal irgendwo eine Entity namens Ticket Reservation and Purchase. Was macht diese Entity? Für ein gegebenes Konzert kann man freie Plätze unverbindlich reservieren. Die bleiben dann erstmal für 30 Minuten reserviert. Und danach kann man sie kaufen und mit Kreditkarte dafür bezahlen. Und wenn man das innerhalb der 30 Minuten nicht tut, dann verfällt die Reservierung eben wieder. Das ist ja nun durchaus ein Workflow, den man sich gut vorstellen kann für so ein Portal, in dem man Tickets für Konzerte und Veranstaltungen kaufen kann. Das hat aber Nachteile, wenn man seine Software so strukturiert. Sie sehen es an dem End in dem Namen, dass wir hier einen Bad Smell haben. Und was genau heißt denn dieser Bad Smell? Überlegen Sie mal, welche Gründe es geben kann, dieses Entity zu verändern. Wir könnten zum einen die Haltefrist für die Reservierung ändern wollen, weil sich 30 Minuten als entweder zu lang oder zu kurz herausgestellt hat. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir neben Konzerten auch Theaterkarten anbieten wollen oder vielleicht auch Tickets für Fußballspiele. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir neben Konzertkarten auch noch ganz andere Dinge anbieten, wie zum Beispiel T-Shirts oder CDs. Und dass wir dann sowas wie einen Warenkorb haben will, damit man sich erstmal irgendwas in den Warenkorb legt und dann weiter einkaufen kann. Und schließlich könnten wir auf die Idee kommen, dass wir nicht nur Kreditkartenzahlungen zu lassen wollen, sondern vielleicht auch PayPal. Alle diese Gründe, die ich gerade genannt habe, führen dazu, dass ich immer wieder dieses eine Entity anfassen und ändern muss. Vergleichen wir das doch mal mit einer Struktur, wenn wir versuchen würden, diese Responsibilities ein bisschen besser aufzuteilen. Wenn ich jetzt einfach mal diesen Text nehme, der hier steht, dann kann ich diesen Text einfach in drei Schnipsel kleinschneiden und kriege dann schon mal drei Entities, die etwas klarer nur einen Zweck verfolgen. Ich könnte sagen, dass ich ein Entity habe, Ticket Reservation, wo ich für ein gegebenes Konzert freie Plätze für 30 Minuten unverbindlich reservieren kann. Dann hätte ich ein Entity Shopping Card. Und dieser Shopping Card ist dafür zuständig, dass ich Tickets tatsächlich kaufen kann. Und dann schließlich habe ich ein Entity Payment. Und dieses Payment sorgt dafür, dass ich dann tatsächlich bezahle mit Kreditkarte oder eben einem anderen Zahlungsweg. Und wenn ich die Gründe, die ich gerade genannt habe, um mein System zu erweitern, nochmal durchgehe, dann sehen Sie, dass diese Gründe nicht mehr alle von den Teilentities betreffen, sondern immer nur eins von denen. Also wenn ich zum Beispiel die Haltefrist von 30 auf 15 Minuten reduzieren möchte, dann muss ich nur Ticket Reservation anfassen. Wenn ich neben den Tickets auch noch T-Shirts kaufen will, dann ist das der Shopping Card, der betroffen ist. Und wenn ich Paypal zulasse, ist es halt Payment. Und die anderen kann ich dann jeweils in Ruhe lassen. Das heißt, ich habe meine Software sehr viel sinnvoller modularisiert. Es gibt noch einen weiteren Aspekt von Single Responsibility, den ich am zweiten kleinen Beispiel mal verdeutlichen möchte. Nehmen wir mal an, dass Hubi, Falla und Alina zusammen eine Party veranstalten wollen. Und dann passiert im Vorfeld der Partyplanung Folgendes. Die Agneta, die sagt dem Mehmet erst ab, trifft dann aber zwei Tage später die Alina in der Stadt und sagt dann doch noch zu. Hubi ist frisch getrennt von Sabine, lädt deswegen Sabine nicht ein. Die Alina weiß es nicht, trifft Sabine in der Vorlesung und lädt sie ein. Falla ist jemand, der einfach gerne viele Leute da hat, lädt alle von der Fachschaft ein. Und deswegen werden es 70 statt 50 Leute. Der Hubi wusste das aber nicht und hat so einen Keller im Wohnheim gebucht. Und in den Keller dürfen von der Feuerwehr her nur 50 Leute rein. Was ist denn hier passiert? Schauen wir uns das Bild mal an. In diesem Fall haben Alina, Falla und Hubi jeweils eine eigene Gästeliste. Alle drei sind verantwortlich dafür, Einladungen auszusprechen. Und was passiert ist, zwischen den dreien muss sehr viel hin und her kommuniziert und synchronisiert werden. Und wie wir das eben in dem Beispiel gesehen haben, gehen die Synchronisierungen dann häufig auch schief. Das ist im echten Leben zwischen Menschen ziemlich extrem. Das kann Ihnen aber natürlich auch bei dem technischen System passieren, dass Synchronisierungen schief gehen. Dann ist vielleicht mal das Netzwerk down oder eins der beteiligten Module hat gerade ein Wartungsfenster und ist abgeschaltet oder was auch immer. Wie könnte man diese Situation günstiger lösen? Eine naheliegende Lösung wäre, dass nur einer von den dreien die Gästeliste führt. Nehmen wir mal an, das wäre Alina. Und wenn dann der Faller jemanden trifft und den gerne einladen möchte oder die, dann würde er einfach sagen, du, ich sag das mal der Alina und die geht dann auf dich zu. Oder wenn er nicht sicher ist, ob das unter den dreien auch Konsens ist, dass die Person eingeladen werden soll, dann geht er auch erst mal zu Alina, bevor er überhaupt irgendeine Art von Commitment abgibt. Und Alina lädt dann die Person ein. Und genau so macht das der Hubi auch. Dann gibt es nur noch Kommunikationswege zwischen Alina und Hubi und Alina und Falla. Und da kommt man auch nicht so richtig drum herum. Aber die laufen dann schon durchaus mal etwas strukturierter ab. Fehleinladungen sollten auf diese Weise eigentlich deutlich seltener vorkommen. Was genau haben wir denn jetzt hier gemacht? Wir haben hier nämlich gesagt, Alina ist diejenige, die verantwortlich ist für das Entity Einladung. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Konzertportal. Das heißt myconcerts.com. Ich habe mir einen schicken HTML5 Client gebaut. Und natürlich brauche ich auch ein Backend. Und ich nehme mal an, in dem Backend gibt es ein Modul, was sich um Konzerte kümmert. Es gibt ein Modul, was sich um Reservierungen kümmert. Und ein Modul, was sich um Purchases kümmert. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Module. Und jedes dieser Modul hat ein REST API. Das ist das, was wir im Laufe von Software Technik 2 uns tatsächlich auch nochmal konkreter anschauen werden. Von daher mache ich hier so einen kleinen Vorgriff. Jetzt gibt es so eine natürliche Zuordnung welche Begriffe in welchem dieser Teilmodule am besten aufgehoben werden. Also sowas wie Konzert und Sitzplatz ist sicherlich in Konzerts drin. Reservation bei Reservations. Und Credit Cards sicher bei Purchases. Und ich gehe davon aus, dass mein Webclient mit allen REST APIs des Backends kommuniziert. Und die Frage ist jetzt, wo ist denn das Ticket angesiedelt? Ist es vielleicht in allen Dreien angesiedelt? Dass ich bei dem Konzert, wenn ich ein neues Konzert anlege, direkt auch Tickets anlege? Dass ich vielleicht, wenn ich Reservierungen ausspreche, dann erst das Ticket erzeuge? Oder vielleicht, wenn ich eine Purchase mache, also wenn ich einen Kauf tätige, dass ich dann an der Stelle erst das Ticket anlege und dann vielleicht mit einem besonderen Aufdruck versehe. Wenn ich das so mache, dann müsste ich in jedem der REST APIs so ein Create-Delete-Ticket mit vorsehen. Und ich müsste vor allen Dingen dafür sorgen, dass wenn ich links ein Ticket angelegt habe, dass das dann auch transferiert wird in die Mitte und nach rechts. Und wenn ich irgendwo ein Ticket lösche, dass ich das eben auch kommuniziere mit all den möglichen Nebenwirkungen, die das unter Umständen haben kann. Sie können sich vorstellen, die Kommunikation kann schief gehen. Es kann aber auch so sein, dass unter Umständen, wenn ich anfange in der Mitte ein Ticket zu löschen, dass ich das eigentlich gar nicht machen kann, weil das Ticket schon bezahlt worden ist. Und zwar rechts in Purchases. Das heißt, wenn ich hier in diesem technischen Szenario Single Responsibility anwende, müsste ich eigentlich sagen, es gibt nur ein Modul, dem das Ticket gehört. Und es gibt nur ein REST API, in dem ich so ein Ticket anlegen, löschen oder auch updaten kann. Und das wäre eben die zweite Bedeutung von diesem Single Responsibility Principle. Entities gehören genau einem Modul. Und gehören heißt hier, man kann ein Create, ein Update, ein Delete nur hier machen. Das ist weniger fehleranfällig, weil es eine Klarheit hat. Ich muss weniger synchronisieren zwischen den verschiedenen Modulen. Ich laufe weniger in mögliche, geschäftliche Widerspruchssituationen, dass ich eigentlich etwas gar nicht hätte löschen dürfen, was ich aber woanders gelöscht habe. Und wie eben auch, es ist natürlich besser verständlich, wenn ich weiß, wer sozusagen der natürliche Owner von einem bestimmten Entity ist. Wir werden im Laufe dieser ST2-Veranstaltung noch sehen, dass dieses Single Responsibility Principle nicht bedeutet, dass wir unsere Module ganz frei von Renudanzen gestalten werden. Das wird sogar durchaus ein Stilmittel sein, was wir einsetzen. Das erkläre ich jetzt nicht näher. Das werden wir in einem späteren Video mal anschauen. Aber bei aller Redundanz sollten wir immer darauf achten, dass die Ownership ganz deutlich geklärt ist. Also man kann gewisse Entities an mehrfacher Stelle aufbewahren. Man kann sie doppelt speichern. Aber eine Create, eine Update oder eine Delete Operation, die darf nur an genau einer Stelle gemacht werden. Damit habe ich Ihnen zwei Aspekte des Single Responsibility oder auch Separation of Concerns Prinzip nahegebracht. Das ist eigentlich ein sehr einfach zu verstehendes und auch einfach anzuwendendes Prinzip. Wenn Sie das beherzigen, dann haben Sie schon mal einen großen Schritt zu einer gut wartbaren und sauberen Architektur gemacht.